Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Surviving the After Mars. Es herrscht Aufruhr in der Kolonie und sie prügeln sich wieder. Wir haben so viele Medikamente, deswegen werde ich jetzt beide mit Medikamenten diesmal versorgen. Und wir haben eine Zufriedenheit dadurch in der Kolonie. Das hatte ich ja schon mal gewählt. Das passt eigentlich ganz gut. Und es ist ja besser, als dass wir hier irgendwie einen bestrafen. So, du bist wieder heile und kannst auf neue Erkundungstour gehen. Du kannst sehr gut plündern. Stein lohnt sich nicht. Pastik haben wir auch genügend. Ich würde sagen, wir gehen mit ihm ein bisschen forschen in den oberen Teil. So, Wasser haben wir auch. Klamotten fehlen halt. Können wir nicht Klamotten produzieren? Schneider. Natürlich können wir Klamotten produzieren. Dann machen wir den hier oben hin. So, Spezialisten sind einsatzbereit. Die Lagerstätte ist leer. Okay, warte mal da. Du hast nichts mehr. Dich verlagere ich dahin. Du brauchst noch ab. Essen baut auch noch ab. Sehr gut. Spezialisten einsatzbereit. Und? Was gibt's da zu sehen? Eieieiei. Können wir ja billiger so produzieren. Der holt die Dinge raus. Unser Rekona. Du kämpfst. Wow. Ach du Güte, ja. Definitiv gut. Ach, der ist direkt noch das nächste Banditenlager. Oh, Werkzeuge elf Stück. Das ist ja richtig gut. Also insgesamt der Schwierigkeitsgrad, der am Anfang so beschrieben war, da ist der Start einfach schwierig und die vielen Katastrophen und dass man halt die Brunnen nicht überall hinsetzen kann, wo man möchte. Da die Brunnen halt auch noch keinen Nachteil haben, ja, weiß ich nicht, ist das alles so minder schwer irgendwie. Also eigentlich haben wir ja null Sorgen, dass das hier irgendwie nicht hinhaut. Der Schneider wird gebaut. Und wir haben jetzt zehn von diesen Komponenten hier. Da werden wir jetzt einfach nochmal Strom bauen. Setze ich hier so hinten rein. Oder hier in die Ecke. Ich setze hier in die Ecke. Wo der Strom erzeugt wird, ist ja im Endeffekt egal. So, der Schneider ist fertig. Das heißt, wir werden hier zu zweit Klamotten produzieren. Und die Kolonisten wollen reden. Was haben sie wieder entdeckt? Die Fahrzeugspalte. Könnt ihr probieren. Und diesmal ist gut gegangen. Ach, Kleidung, zwei Komponenten. Ja, es wird natürlich jetzt alles sehr repetitiv mit der Zeit. Und hier sind wieder Lagerstätten leer. Nein, die kann nicht gemeint sein. Und die kann auch nicht gemeint sein. Was ist eigentlich hier mit dem Holzfäller? Das passt. Was ist mit ihm hier? Genau, das ist die Arbeitszone, die noch... Da ist noch was. Die noch abgebaut werden muss, aber weißt du, was wir hier machen? Wir bauen hier einen schicken Weg hoch. So. So. Die Windturbine ist fertiggestellt. Da haben wir nämlich 18 Strom. Forschungspunkte fehlen uns so ein bisschen. Haben wir denn hier oben irgendetwas? Da schicke ich auf jeden Fall Sarah Connor hin, hier. Und ich würde sagen... Wir brauchen auf jeden Fall noch Forschungspunkte. Okay. Der holt die letzten vier da raus und dann gehen wir nach Hause mit ihm. Du, äh, genau, haust den mir auf die Glocke. Jo, beim nächsten Mal ist dann auch gut. So, gehen wir doch mal die... Unser Dorf hier durch. Das ist der Holzhacker. Der kann fleißig abbauen. Ach so, wir sollten vielleicht mal einen, der Holz anpflanzt, machen. Der Förster. Genau. Den Förster... Machen wir hier hin. Und dann kann der nämlich hier hinten aufforsten, sozusagen. Banditen sind vom Tor. Ei, ei, ei. So, Handler Bandit. Ach ja, das ist der Händler, der zwar nach Bandit aussieht, aber im Endeffekt doch handelt. Der nimmt uns fünf Bretter für zwölf Fische. Sie klingt schon mal gut. Sechs Metall für zwei Teile. Was Aufregendes. Ach man. Jetzt ist er weg. Hätte ich das doch gemacht. Das wusste ich nicht, dass das auch damit passieren kann. So, die Arbeitszone. Sonst ist nichts in der Nähe, ne? Nö. Okay, dann müssen wir den hier hinschicken. Was ich hier mal machen werde, dass die hoffentlich auf den Wegen bleiben. Lagerstätte ist leer. Das wird echt knapp mittlerweile, ne? Radioaktiver Niederschlag kommt. Dann schicke ich den hier hoch und baue hier den Weg auch noch weiter. Äh, sechs Erwachsene. Und was kannst du gut? Forschen kannst du gut. Ne, ich will euch nicht. So, schauen wir mal, ob sie den Weg hier fertig basteln. Ach guck mal, der darüber, der ist schon fertig. Es geht doch schneller als erwartet. Ja, radioaktiver Niederschlag und die Kaninchen-Saison wollen sie wieder jagen gehen. Dürft ihr machen und bringt zwei Wild mit. Hm. Radioaktiver Niederschlag. Wir karben aber... Haben wir denn hier bei der Produktion... Wo war denn das? Geschützte Pflanzen. Da haben wir keine 300 Punkte. Okay, wir brauchen Forschungspunkte. Dann können wir... Nämlich die Gewächshäuser... Ähm... Forschen. Äh, bauen. Okay. Du begibst dich... Nach oben. Zum Heimat. Und sie verprügelt noch den einen hier. Was gibt's jetzt hier zu holen? Elf Werkzeuge. So, nicht. So, Ertrag 18. Da wurde gerade erst geerntet. Und hier wurde auch erst geerntet. Okay, das lohnt sich nicht. Moment, hier werden jetzt aber Erdnüsse. Nee. Ach, die ernten die letzten. Ah, da waren die gerade dabei. Dann haben wir hier wahrscheinlich jetzt Mais. Na, 35. Und Kartoffeln 140. Ja. Ja, dann ist auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn wir die Gewächshäuser... Irgendwann mal erforschen können. Aber ich denke mal, wenn die komplette Map aufgedeckt ist... Wegen den Forschungspunkten, ne? Das kriegen ja sonst keine mehr. So, du hast kein Holz mehr. Dann verdenken wir die Arbeitszone dahin. Und du weißt auch nicht, wo du Holz holen sollst. Und dann, äh... Hier unten so. Können wir hier vielleicht einen Weg reinziehen? Das mache ich jetzt einfach mal. Ja, kommen wir mal zum... Ja, passt schon. Forschungspunkte, bitte forschen. Ja, ich bin hier. Hm. Da ist da unten der Einzige. Aber der ist so angeknackst. Da will ich ihn nicht... in die Gefahr bringen. Ja, wieso ist denn der Weg hier nicht gebaut? Oder sieht man den einfach nur nicht? Jetzt sieht man auf jeden Fall... Ein Laster nähert sich. Der Partybus. Was? 18 Mais. Wie viele Mais haben wir denn? 46? Nö. Sechs Komponenten. Auch das nicht. Kannst du vergessen. Macht eure Party doch alleine. Da werden wir noch nicht mit partien. Ja, also... Ähm... Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ich gucke mal, wie ihr das sagt. Oder ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, wir haben jetzt schwer angefangen. Aber ich finde es überhaupt nicht schwer. Also, natürlich kommen öfters Katastrophen. Auch die Gebiete sind ein bisschen schwieriger zu bebauen. Aber im Endeffekt haut es doch irgendwen. Und langfristig... Ja. Kommt jetzt wahrscheinlich gleich der radioaktive Niederschlag. Es ist halt nicht wirklich eine Herausforderung. Also, ich finde jetzt die Map ist nicht schwieriger. Die Komponenten und Bleche sind genauso beschissen gesetzt. Also, du sollst nach Hause. Und du... Sarah Connor hier... Hat sich da erstmal durchgesetzt. Da bin ich mal auf die Updates gespannt, was dann noch so kommt in nächster Zeit. Wie, immer noch? Haben wir irgendeinen vergessen? Ach, er kann noch. Wir gehen erstmal durch, was der noch alles entdecken kann. Ich brauche jetzt überall Wege. Jetzt sollte man noch einen zweiten Förster machen. Wobei, so viel Arbeits... Sätze haben wir auch nicht mehr, ne? Fleisch haben wir, Kombi mal. Wild? Ne, so viel haben wir nicht. Fische? Könnten wir weder noch einen zweiten bauen. Nur an welcher Wasserstelle? An welcher nicht vorhandenen? Ah, da oben ist so ein See. Weißt du was? Da war hier... Können wir hier rüber mit dem Weg? Ne, komm... Ne, komm mal nicht. Aber ich könne mir hier vorbei. Polonisten am Tor. Äh, ja, ihr dürft jagen. Ihr habt nichts gefunden. Ähm, vielleicht können wir hier oben noch einen Fischer hinsetzen. Jo, geht auch. Ne, grün wird grün. Ja, Schwie. Ah. Hä? Da. Jetzt haben wir es. Dann müssen wir das hier einfach tiefer setzen. Ne. Ah, okay, warte mal. Es langt ja, wenn dieser... Ne, müssen sie wirklich hier hinsetzen anscheinend. Na, es sind ganz schöne Wege da hoch, auf jeden Fall. Aber es funktioniert. So, einige mit Strahlenkrankheit. Entdecken sollst du. Banditen, Banditen, Banditen. Hier sind wieder Komponenten, die total gefährlich sind. Du gehst bitte nach Hause und lässt dich heilen. Und du... Aus dem meins auf die Ommel. So, da haben wir Werkzeuge. Das ist alles gefahrlos. Also, die können wir alle holen. Ich meine, die Werkzeuge sind auf jeden Fall interessant. Die Lager sind voll. Ja, wir sind dann so einem ähnlichen Punkt, wie wir es schon mal waren. Ah, jetzt werden hier auch Erdnüsse angepflanzt. Werkzeuge haben wir auch. So, der alte Bär, der in Kolonie vorbei ist. Probier's mal. Wow, 29 wild. Das ist wild. Zwei Kolonisten, Staben und Strahlung. Die Lager sind voll. Die Fischehütte ist gebaut. Da können wir... Ach, wir können doch mehr einsetzen. Wie viele haben wir denn Fische? Gar nicht so viele, ne? Oh. Weil zwei gestorben sind, kann ich gar nicht. Moment, da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen... Umsetzen. Haben wir denn keine Pillen mehr? Nee, wir haben keine J-Tabletten. Deswegen sterben die jetzt wahrscheinlich alle. Äh, Fleisch. 39, weißt du was? Häuser? Äh. Da. Da ziehe ich meinen ab. Ansonsten, wo haben wir denn noch zwei? Ja, nicht so gut. Hier beim Schneider. Können wir auch mal einen absetzen. Wir brauchen ja noch ein paar Träger, ne? Äh, wie viel sind beim Ärzten eingesetzt? Auch zwei. Ja, die brauchen wir auch. Der Schürfzug für Bleche. Da können wir auch einen abziehen. Da arbeitet auch jemand. Beim Recycler. Wir haben so viel Plastik. Nicht egal. Dann setzen wir die lieber bei den Fischern ein. So. So. Ja. Aber hier oben, da haben wir ganz schön was zu tun. so dann würde ich sagen 23 ja wir gehen mit ihr hoch machen erst mal ihn dann da dann da und arbeiten uns hier so durch okay du kannst gut erkunden also kannst weite wege laufen oder ist das so gute frage ansonsten kannst du wenig noch mal neun leute reinlassen machen war einen platz einen platz okay pass auf dann werden wir folgendes machen wir werden jetzt zwei kulisten stammen strahlung wenn jetzt hier mal eine hütte abreißen und dann ein wohnhaus da hinbauen und dann werden wir auch das ausschlachten noch hier ein wohnhaus hinbauen ist eigentlich gehen oder von den materialien ja easy ja wir kriegen bald mehr wir kriegen bald mehr zu wohnen so wie geht's dir du begeht es hundertprozentig gut das ist super dann kannst du nämlich hier unten noch ein bisschen schauen was sich dafür birgt und der neue spezialist hat auch ordentlich wege dann kann der hier so ein bisschen wie so ein bisschen oder mal darum erst mal die schräubchen raus würde ich sagen so gleich hab da wieder ein zu hause ich warte jetzt so ein bisschen ja gleich fertig hier sehr schön ein sklavenhändler zum ende der folge 20 wild was minus 25 zufriedenheit und das hätte ich machen sollen gerade das waren schon zu viele unzufrieden das war nicht so gut naja wir kriegen das auch wieder hoch oder genau was wir machen können das jetzt zum ende der folge noch schnell und zwar es gab doch hier sachen die die zufriedenheit erhöhen zehn ja können wir locker machen und wir ins dorfzentrum oder wenn man so reinkommt ist alles vollgebaut aber machen wir hier hin gab es sonst noch was ich glaube das hält sich so in grenzen kommen normal die spezialisten noch schnell durch und schauen noch mal was er noch entdecken können wachsteiner überall gegner bleche dann kannst du da hier direkt dich rüber arbeiten hier die schrauben holen wir auf jeden fall raus sehr völlig gefahrlos ja sehr schön unser dorf wächst leichter als erwartet also ich bin jetzt wirklich überrascht weil meines erachtens könnte es schwerer sein und wir schauen mal vielleicht ist ja bis dahin patch mein zukunft sich also bis dahin patch raus mein zukunft sich weiß dann bescheid ich hoffe es hat euch gefallen würde ich mich über einen daumen nach oben freuen bis zum nächsten mal in surviving the aftermath tschüss